Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Und hier ein kleiner Hinweis an eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen uns Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer weiteren und vor allem brandneuen Podcast-Folge von Mild und Extra Stark. Heute mit dem großartigen Michael Pieper. Hallo Michael. Hallo Norm, vielen Dank für die Blumen. Michael, meine obligatorische Frage natürlich, welches Zitat hast du denn heute auf Lager? Ja, ich gucke mal in meine Taschen. Ah ja, genau, hier, da, da haben wir es ja. Also, heutige Zitat von Buddha. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Von Buddha. Cool, ne? Ja, vor allem wichtig. Also, cool und wichtig. Und auch erst wieder, ne? Das ist ja manchmal, ich finde ja, ich mag ja diese Zitate, die so, wo du erst im ersten Moment so denkst, ja, ja, nee, klar. Und dann im zweiten denkst du, ach so, warte mal, irgendwie so, ah. Die offenbaren sozusagen ihre tiefen Wirkungen dann erst nach und nach. Wenn du dich darauf einlassen kannst. Genau. Weil ich finde, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Seitenarm, ja, dass es so eine Inflation von solchen Sprüchen gibt. Ja, ja. Also, wenn ich mir anschaue, wie oft das bei Facebook geteilt und, und, ne? Aber wer macht sich wirklich die Mühe, wie wir, in einem Podcast mal 20 Minuten auf diesem Thema rumzudenken? Und ich glaube, das ist es wert. Ja, absolut, dann genau, genau. Das ist ja irgendwie auch so, dass, also das macht mir auf jeden Fall total Spaß an unserem Format, ne? Dass man dann aus so einem kleinen Samenkorn dann was wachsen lässt, ne? Also, du weißt, ich bin Gärtner, aber ich lass gerne Sachen wachsen. Aber okay, genau, dann lass uns doch mal, dann lass uns doch mal Gärtnern im Reich der Zitate. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Das gibt es natürlich jetzt wieder, ne? Unendlich viele Wege des Denkens. Genau. Wir hatten es in einem Vorgespräch. Unser Vorgespräch, muss man wissen, geht genau zwei Minuten. Ja, maximal. Also, es war heute wirklich wieder ein sportliches Vorgespräch. Und da hatten wir das mal so geteased von wegen, inwieweit reicht deine Vorstellungskraft, dir tatsächlich vorstellen zu können, dass du das kannst oder dass du das erreichen kannst, ne? Oder sogar vielleicht, dass man nur das, was man sich auch vorstellen kann, auch erreichen kann. Also, noch ein bisschen absoluter, dass vielleicht sogar die Vorstellungskraft und die Imagination eine Voraussetzung eigentlich dafür sind, sowohl auf persönlicher als auch auf unternehmerischer Ebene Dinge auch dann wirklich in die Realität zu bringen, ne? Also, man kennt das ja vielleicht jetzt gerade auf der persönlichen Ebene. Wenn ich mir selber sage, naja, das kann ich niemals oder so, ne? Oder das gar nicht in mein Möglichkeitsspektrum hineinlasse, dann wird es natürlich auch schwer, sozusagen zu realisieren, ne? Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass, und das ist ja, da gehen wir jetzt schon wirklich tief in die Psychologie. Wenn ich dir sage, stell dir vor, du fährst mit deinem Auto auf der Autobahn, ja, und du bist gerade dabei, in den Tunnel reinzufahren. Stell dir vor, vor dir ist ein LKW in den Tunnel, der hat irgendwie 5000 Liter Heizöl oder Benzin geladen, ja, und der kollidiert und das brennt und die Rauchschwaden kommen aus dem Mond. Und du kannst dir das vorstellen? Oh Gott, oh Gott, ja, aber das ist ja krass. Ja, genau. Krass so Vorstellungen. Aber kannst du dir vorstellen, 100.000 Euro pro Monat zu verdienen? Ja, 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 ja. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Also, es ist so, ähm, äh, also kann ich mir auch vorstellen, aber nicht so leicht wie das. Ja, das ist so ein bisschen, wir denken, wenn uns das einer sagt, hey, ich zeige dir den Weg, wie du 100.000 Euro im Monat verdienst oder ja, oder das ist jetzt eine fiktive Zahl. Ja, dann ist es so, ah, so ein Scharlatan, ja, und so weiter. Also, da glauben wir nicht so gern dran irgendwie, ja, aber obwohl wir es gerne würden, tun wir es nicht so unmittelbar, wie uns Katastrophen vorzustellen. Also, das Negative ist oft für uns leichter vorstellbar. Das Scheitern ist oftmals leichter vorstellbar als der Gewinn, ja, als irgendwas zu erreichen. Wahnsinn. Hast du da eine Erklärung für, warum das so ist? Nee. Nee, ich auch nicht. Also, weil, weil es leuchtet ein, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum das so ist, ne? Aber, na gut, es muss irgendwie wieder mit unserer, mit unserer tiefer liegenden, keine Ahnung, vielleicht auch sogar ein bisschen auf so eine biologische, ist jetzt so ein, ne? Ja, ich glaube auch, weil irgendwie sind wir ja schon so darauf gepolt, irgendwie immer in Alarmbereitschaft zu sein, ne? Ja, ja. Also, könnt ihr ja das nächste Mammut- oder Säbelzahntiger aus dem Dickicht springen, ja, und dann brauchst du irgendwie einen improvisierten Plan B? Die Richtung habe ich jetzt auch erwähnt, genau, genau. Und deswegen glaube ich, du rechnest vielleicht auch unterbewusst eher mit dem Worst Case, mit dem Schlimmsten, was passieren kann, als dass du dir selbst irgendwie, weil das ja auch eine gewisse Energie erfordert, ja? Du musst ja Energie aufbringen. Der Körper ist ja irgendwie so konzipiert, vor allem unser Gehirn, im Energiesparmodus zu arbeiten, ja? Und ich glaube, sich Ziele zu setzen, ja, die extra Meile zu gehen, bedeutet ja, Energie aufzuwenden. Und das ist, glaube ich, die Schwelle, über die man so in einem selbst gehen muss, um coole Sachen für sich selbst einfach zu schaffen. Absolut. Und man, ich überlege gerade, ich habe es auch immer, also mir begegnet die Thematik auch immer mal wieder, auch so, dass man die Dinge, die man dann erreichen will, auch tatsächlich so als wie schon real gegeben schon sich so visualisieren soll. Also, was jetzt ja nicht mehr, man verwechselt ja oft, das taucht ja auch immer mal wieder auf, ist so dieses Kraft der positiven Gedanken und so in diese Richtung, aber damit hat das eigentlich gar nichts zu tun, weil, also ich kann mir noch, ich kann mir 50 Mal sagen, ich bin total toll, also das wird aber leider nichts ändern, aber wenn ich jetzt wirklich schon eine deutliche Imagination habe und mir das auch in mein Möglichkeitsspektrum integriert habe, bewege ich mich ja, das ist ja, das hat ja im Grunde ganz, ganz einfache psychologische Wirkung, weil ich bewege mich ja vom Unterbewusstsein, ich bewege mich schon automatisch darauf zu, also ich richte mich aus. Also, bin ich völlig deiner Meinung, ich glaube, mit positiven Denken hat das bedingt zu tun, aber auch, ja, also wir verwechseln das gerne, glaube ich, ja, also ich glaube, jemand, der versucht, sich sein bescheuertes Leben positiv zu reden, der immer sagt, hey, alles ist toll, das funktioniert, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, ich glaube, es ist ein Bündeln von gedanklicher Energie, also mal ein Beispiel, damit es nicht zu spirituell wird, wenn ich mir vorstellen kann, vor zwei Jahren den geilsten Podcast zu entwickeln, ja, und wenn mich das über zwei Jahre beflügelt und ich jeden Abend, jeden Tag darüber nachdenke, wie kann ich die Hörer happy machen, wie kann ich mir Equipment besorgen, damit die Qualität ansteigt, wie kann ich mir ein Team aufbauen, so wie mit dir und allen, die da noch mit verbunden sind, um einfach einen tollen Content zu entwickeln, ja. Also, wenn ich das schaffe, mich da kontinuierlich da reinzusteigen und da Energie reinzugeben und nicht nur gedankliche, sondern auch ins aktive Handeln kommen, dann kann auch was wunderbares entstehen. Wenn ich allerdings nur sage, jetzt setze ich mich mal hin und mache mal positive Gedanken und sagst, es wird toll und es wird alles prima und viele Leute werden uns zuhören und so, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Also, ich glaube, es ist auch immer die Bereitschaft, was du aus den Gedanken machst, die du dir, also, dass es nicht nur ein Wunsch ist. Nein, 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 genau. Ich meine, jetzt gerade in deinem Fall, ich habe auch immer ja mitverfolgt, aber du hattest diese Vision, diese Vorstellung, diese Vision, die war schon ganz klar da, aber dann kommt natürlich ja auch noch einfach am Ende die, sozusagen, der Daily Business, wo du richtig auch, du hast halt ja auch richtig investiert, nein, einfach auch, aber es fühlt sich ja dann vielleicht auch gar nicht wie schwere Arbeit an, wenn es einem Freude macht, wenn man mit Begeisterung, wenn man so seinen Weg mit Begeisterung, mit Leidenschaft geht, weiß man, aber dann zieht es einen ja auch in die Vision immer weiter rein. Ja, du hast gerade ein wichtiges Wort gesagt, Leidenschaft. Also, bei all der Begeisterung ist, glaube ich, die Bereitschaft, Leid zu empfinden oder auch durchzustehen. Ich meine, ich habe mir auch Nächte um die Ohren gehauen und bin nach zwei Stunden Schlaf wieder irgendwie da gesessen, weil das Podcast-Thema ja jetzt nicht die Haupteinnahmequelle ist unserer Company, sondern das ist ja ein Hobby gewesen und das ist ja nachts entstanden. Also, oder ganz früh morgens. Also, ich glaube, Leidenschaft trifft es eigentlich ganz gut, dass neben der Kraft deiner Gedanken auch dieses intrinsische, die intrinsische Bereitschaft da ist, zu sagen, okay, ich wäre auch bereit, jetzt 48 Stunden durchzuziehen ohne Schlaf oder was. Ja, und dann funktioniert das auch. Wenn man so zögerlich ist, das ist ja so wie, ich weiß nicht, ob ich die Pflanze jetzt richtig gießen soll oder ich mache jetzt einfach mal so ein paar Tropfen oder so, dann ist Wachstum schwierig. Ja, ja, ja. Oder es wird schon wachsen, ja, ich brauche jetzt kein Buch lesen, ich brauche mich nicht mit der Pflanze beschäftigen, ja, es wird schon irgendwie, ja, also, und dann wird die vielleicht wachsen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist absolut gegeben, aber wird sie gut wachsen, wird sie gesund wachsen, wird sie stark sein, ja, das ist davon abhängig, wie viel Energie man da reinsetzt. Wir sind Valeo und wir glauben daran, dass jeder Mensch das Recht auf ein gesundes Leben hat. Valeo ist eine App für dein Smartphone, die dir aus der Fülle an Daten im Netz die Informationen filtert, die für dich persönlich von besonderer Bedeutung sind. Und das alles in Echtzeit. Wie intelligent Valeo ist, um dir in Gesundheitsfragen zu helfen, bestimmst du allein. Je öfter du Valeo verwendest, desto besser lernt dich dein persönlicher Assistent kennen und liefert dir so gezielt Informationen für ein gesundes und damit glückliches Leben. Eines solltest du noch wissen. Bei Valeo gehören deine Daten ausschließlich dir allein. Als Valeo Community haben wir uns dem Codex verpflichtet, selbst für die Sicherheit unserer Daten einzustehen. Durch modernste Sicherheitstechnologie sorgen wir deshalb für den besten Schutz deiner persönlichen Informationen. Werde auch du ein Teil von Valeo und unterstütze dieses Projekt mit dem kostenlosen Download der App für dein Smartphone. Weitere Informationen findest du auf www.valeo-app.de Und ich habe gerade auch nochmal gedacht, das schließt vielleicht sogar ein bisschen an, das was du heute denkst, wirst du morgen sein. Also ich verbinde auch gerade damit, dass man sozusagen auch, wie soll ich sagen, auch eine Verantwortung über seine Gedankenwelt hat. Also natürlich auch, um Dinge in die Realität zu bringen, Business, Ideen, Projekte, aber auch, also ich sage mal, so wie man sagt, man isst, was man isst, isst man sozusagen das, was man denkt. Weißt du, was ich meine? Also es hört sich jetzt abgedreht an, aber es heißt ja auch so viel, dass wie, wie soll ich sagen, also Gedanken steuern auch unsere Wahrnehmung. Also dementsprechend nehmen wir auch wahr und wenn ich jetzt alles als negativ, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt viele negative Gedanken in meinen Handeln, in meinen Denken einlasse, dann gestaltet sich auch dementsprechend die Umwelt und nimmt auch entsprechend wieder Einfluss auf die Umwelt. Also wir sind auch immer jetzt ohne jetzt zu, ich meine das Zitat ist vom Buddha, der wird sich auch wahrscheinlich so weit in die Richtung vielleicht ein bisschen gedacht haben. Also wir haben auch, und gerade im Buddhismus geht es auch, glaube ich, viel unter anderem um das Kausalitätsprinzip, also um Ursache und Wirkung. Also so das, was wir sozusagen in die Welt bringen, hört ja dann nicht an der nächsten Ecke auf, sondern geht immer weiter. So wird ja auch viel Leid und so weiter auch immer weitergegeben, innerhalb von Familien, innerhalb von Unternehmen und so weiter, innerhalb von Gesellschaften oder auch weltweit. Wenn man sich ja aktuell wieder die Konflikte so anguckt. Also von daher hat man auch eine Verantwortung und hat aber auch Einfluss. Wir können Einfluss nehmen. Ich meine, das ist immer leicht gesagt. Aber sich dessen bewusst zu sein vielleicht, wie gesagt, ohne jetzt den moralischen Zangefinger zu hart zu schwingen, aber vielleicht einfach so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir selber unsere Zukunft ja auch mitgestalten und unser Handeln und unser Denken quasi dann auch unsere Zukunft, unser Morgen dann auch beeinflusst, also wie aktiv das beeinflusst. Ja, bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, die große Frage ist, wo du mit deinem Gedanken, in welchem Kreis du stehst. Also wie oft hast du das, dass Menschen von Bedenkenträgern umgeben sind, die zum Beispiel sagen, ah, das schaffst du nie oder das habe ich auch schon versucht oder auch Superspruch, in unserer Branche funktioniert das nicht oder in unserem Unternehmen, ja, also wenn du natürlich viel von solchen Leuten, und da ist es fast egal, ob du sagst, ja, ja, das ist halt ein Bedenkenträger, ja, irgendwie erreicht es dich vielleicht auf einer unterbewussten Ebene schon, ja, und wird dich eher bremsen, ja. Deswegen sagt man ja auch so, dass die Menschen, die dich umgeben, die werden dich halt einfach vorwärts bringen, ja, also die werden irgendwie Einfluss auf dich haben und Einfluss auf dich nehmen, ob du das willst oder nicht, ja. Und dieses sich mit etwas beschäftigen, ich muss jetzt spontan auch so an Unternehmen denken, die zum Beispiel sagen, hey, drei Prozent Wachstum, cool, ja, oder die Unternehmen, die einfach sagen, du, ich will die Gesundheit der Menschheit verbessern, ja, also die ganz große Vision haben und die nicht nur auf den monetären Nutzen fokussiert sind, sondern die wirklich sagen, was kann ich meinen Kunden zurückgeben, wie wertvoll kann ich für meinen Kunden werden oder sein am Ende. Und ich glaube, so eine Vision, also wirklich so eine Vision zu verfolgen, ist, setzt viel mehr Kräfte frei, lässt viel mehr entstehen, lässt viel mehr wachsen. Und mehr meine ich eben nicht im materiellen Sinne, sondern so wertvoll sein. Wertvoll und auch, ich habe gerade gedacht, wenn du so ein, wir hatten es ja vorhin noch mal kurz, wenn du so ein Big Picture erzeugst, auch nach innen, auch also auch um die Mitarbeiter, so ein Team auch mitzunehmen, wenn du alle sozusagen, wenn alle eine Vision teilen und nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern sagen, wir machen hier auch was, was vielleicht größer ist als wir selber und gehen dafür die Extrameile. Nicht, weil wir uns davon versprechen, demnächst befördert zu werden oder so, sondern weil wir einfach auf dieses Ziel, auf diese Vision zu rennen irgendwie. Das ist ja eine ganz andere Sogkraft, eine ganz andere Bindung auch oder auch eine Identifikation kann ja so gut entstehen. Und also da erlebe ich dich zum Beispiel, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass manchmal muss man dann auch gegen diese, muss man sich so frei kämpfen, also muss man die Vision aufrechterhalten und sich so frei machen gegen die Bedenkenträger sozusagen, aber dann auch wirklich durchziehen und dann, glaube ich, kommt auch ein Punkt, wo dann die anderen unweigerlich mit, also überzeugt, auch nicht jetzt nur, nicht nur, wie soll ich sagen, mitlaufen, sondern auch wirklich dann, wo das Ding auch eine Überzeugungskraft dann auch kriegt. Ja, ich glaube, ja genau, denke ich auch. So ein Big Picture muss halt unmittelbar auch mit dem Team selbst zusammenhängen. Also wenn ich jetzt als Unternehmensinhaber hergehe und sage, mein Big Picture ist 100% mehr Umsatz, dann hat das in der Regel wenig mit den Mitarbeitern zu tun, vor allem dann nicht, wenn sie noch nicht mal eine Unternehmensbeteiligung haben. Genau, genau. Aber wenn ich hergehe und sage, okay, wir wollen in unserer Branche total wertvoll werden oder sein, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann wirklich Leute im Unternehmen gibt, die sagen, hey, darauf habe ich Lust, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein. Und dann ist ja auch manchmal cool, wenn dann eine kritische Masse sozusagen erreicht ist, dann ist auch dann, wenn die Lawine einmal ins Rollen kommt, dann gehen auch alle mit. Oder dann kriegt es so eine eigene Name. Aber was ich dabei noch wieder, weil ich komme ja dann eher aus der Angestellten-Sicht, dass ich auch immer denke, dass natürlich trotzdem auch wichtig ist, dass, also du brauchst, du musst die Vision schon reinbringen, das Big Picture, aber ich sage mal jetzt, das Big Picture, zumindest musst du die Leute das nur ausmalen lassen. Also, sage ich jetzt so flapsig, also du musst natürlich auch noch Gestaltungsspielräume lassen und mitnehmen und sagen, ey, ich habe hier eine Skizze, aber wie können wir jetzt zusammen, wie nimmst du die jetzt noch mit rein? Und dann sagt der, ich habe auch noch eine coole Idee, weil das schafft ja die Identifikation, sonst bin ich wieder fremdbestimmt. Ausführend. Ausführend und denke zwar, wow, der hat schon eine coole Idee, aber bin nicht so beteiligt, nicht so identifiziert, wie wenn ich jetzt noch das Gefühl habe, nicht nur das Gefühl habe, sondern tatsächlich an dem Bild mitgestalte. Das sind diese berühmten kreativen Räume, die zu schaffen. Und das ist natürlich auch für jemanden ziemlich schwer, weil du gehst natürlich mit dem Big Picture, noch bevor du an dein Team gehst oder an dein Unternehmen gehst, gehst du ja mit dem Ding vielleicht Wochen und Monate lang in Klausur und schließt dich weg und bist mit deinen Gedanken, das heißt, alles ist so polarisiert auf dieses Big Picture, sodass du dann auch nicht verstehst manchmal, wieso das in Frage gestellt werden kann, wie vielleicht auch andere Ideen entstehen können und du vergisst dann auch zu sagen, okay, oder es ist ziemlich schnell, dass man da nicht fokussiert und darauf achtet, dass man sagt, okay, jetzt muss es hier einen kreativen Raum geben, damit die Leute, mit denen du arbeitest, dein Team, halt dann auch, wie soll ich sagen, bedeutsam sind, also sich einbringen können. Ja, und es darf ja nicht nur darum gehen, weil es muss natürlich auch um die Sache gehen, weißt du, am Ende müssen alle eigentlich von ihrem Ego dann wieder zurücktreten und auf die Sache, was ist wirklich jetzt gut für die Sache. Also ich stelle es mir auch gerade nicht leicht vor, also ist wirklich die Kunst, dann wieder zu unterscheiden, bringt jetzt jemand eine Idee rein, die das Ganze weiterbringt oder läuft das Ding jetzt wirklich Gefahr, dadurch nur zu verwässern und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, nee, toll, obwohl ich spüre, das ist eigentlich, das bringt die Sache nicht nach vorne. Also ich glaube, das natürlich zu balancieren, ist echt verdammt, also das ist die hohe Kunst dann, aber auch eben die guten Sachen, die guten Effekte mitzunehmen und es dann auch wachsen zu lassen, du kannst ja nie, also alleine kann man sowas nicht, weißt du, also es gibt immer Aspekte, es gibt glaube ich immer Sachen, die man nicht selber bedenkt und die sich dann regulieren in so einem Team. Ich gehe so weit, es geht gar nicht allein, also du kannst es vielleicht alleine eine Zeit lang denken, aber der Erfolg stellt sich immer in einem Wir ein, ob das ein Mentor ist, den du fragst und ob das Leute sind, die vielleicht schon in einer ähnlichen Richtung viel, viel weiter sind als du, die du fragen kannst und sagen kannst, hey, wie hast du das gemacht, um einfach auch Fahrt aufzunehmen, um vielleicht eine Abkürzung zu finden oder so. Aber auch in der Umsetzung dann später braucht es aus meiner Sicht immer das Wir, also immer ein Team. Und deswegen, dann kannst du... Ist ja auch langweilig, wenn du das alleine machst. Ja, 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 absolut und wie soll ich sagen, das Ganze ist immer mehr als die Summe der Teile, was dann entsteht, ist nochmal, nochmal größer und der andere Gedanke, also den ich jetzt noch hatte, ist, natürlich gibt es auch sowas, also ich kenne es so ein bisschen, ich mache ja auch ein bisschen Musik und ein paar Sachen, es gibt natürlich sowas wie, also so ein Werksstolz, weißt du, also man ist natürlich auch irgendwie gewisserweise mit seiner Idee, mit seiner Vision, ist man dann, also es ist auch ein bisschen wie so ein Baby halt, ne, und man ist halt auch, und das hütet man auch und schützt das auch, ne, da muss man dann natürlich auch aufpassen, also so ein Stück weit ist es auch legitim, ich finde gerade noch, gerade in der Kunst, weil da, oder, also Kunst und Unterhaltung und so weiter, weil da, das sind dann so Werke, die dann so, die stehen einfach so für sich und manch einer, manch einem gefallen sie halt und manch einem nicht und die kann man auch so verteidigen, aber jetzt Geschäftsideen, Visionen für Firmen und so weiter oder so, wie wir oft ja auch, wie du gerade wieder mal eben kurz, ne, das ist ja auch, ne, mit fünf Strichen hier was an Scribbleboard irgendwie so gepinnt hast und so, das ist ja, das wächst doch dann, ne, dann ist ja sofort, dann bin ich ja auch sofort angepitcht und dann, ne, dann, wie soll ich sagen, dann kommt ja was ins Rollen, ne, das ist doch toll. Aber ich glaube, so eine kleine, das meinte ich mit kreativem Raum schaffen zu sagen, vielleicht ist es das Baby des Initiators, ja, aber nichtsdestotrotz kann sie das natürlich so breit werden, dass verschiedene Teammitglieder natürlich auch so ihren Raum und damit so ihr Baby entwickeln, ja, also, und das, das muss es glaube ich aushalten. Also, ich glaube, das Big Picture, früher hätte ich gesagt, es ist ein Rahmen, Rahmen denkt oder engt irgendwie auch ein, horizontal, vertikal, ne, aber ich glaube, so ein Big Picture könnte eine gute Plattform sein, auf der man dann, ne, mit Leuten zusammenarbeitet, die dann so ihr Baby innerhalb des Ökosystems finden und das dann mit Leidenschaft vorantreiben. Ja, absolut, weil, weil das ist ja auch, das kenne ich selber auch manchmal, wenn du dann mit der Plattform sozusagen das Spielfeld schon mal eröffnet hast, ist ja auch nicht schlecht, weil dann kannst du auch innerhalb des Spielfeldes, gibt es immer noch genug, weißt du, so, weil mich macht das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt in Kreativprozessen, also ein weißes Blatt Papier oder noch keinen einzigen Ton gespielt, also das ist ja, das kann einen auch überfordern, weißt du, was ich meine? Also aus der Unendlichkeit zu schöpfen ist halt auch, kann auch hart sein, deswegen, wenn du dann schon mal, ne, du hast schon mal die Plattform, du hast schon mal, so, und sich da dann, ne, mit zu integrieren, da dann eine Nische oder ein schönes Teilprojekt oder sowas, kann ja auch, kann ja auch, ich glaube, das hilft auch vielen Menschen so, ne. Wow. Cool, dann lassen wir das genauso stehen an dieser Stelle und machen das Ding hier zu. Hier nochmal der Aufruf an alle unsere Hörer, mit uns gerne Interaktion zu treten im Messenger Service, uns eure Zitate zu übermitteln oder auch Gedanken zu bereits gelaufenen Zitaten, macht natürlich auch mehr Spaß, das irgendwie in der Community zu diskutieren und was der Michael vorhin angesprochen hat, was wir hier auf das Board gekritzelt haben, werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mit euch einfach mal diskutieren. In diesem Sinne, nur das Beste und bleibt rebellisch von uns hier und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service, probiert es einfach mal aus, es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it, alle Informationen wie immer in den Show Notes, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald, ciao. Bis bald, ciao.